Hallo und herzlich willkommen wieder heute mit eurem Dr. Du levierst so eine kleine Therapiestunde um euch aus dem Stress des Alltags zu entdecken. Ja Leute, willkommen zurück, seit langer Zeit komm mal wieder mit mir und wie ihr schon wisst, ist das Bordens der Priscilam. Ich wollte eigentlich erst Bordens 2 machen, aber das habe ich schon so verfickt oft angezockt, so wie ihr mir am Anfang gezockt, dass es mir zum Hals rausrengt und ich keinen Bock mehr drauf hab. Ich weiß es momentan nicht. Und ich weiß jetzt nicht wie lange ich jetzt aufnehmen werde, ob das jetzt nur die 25 Minuten Folge wird oder ich länger aufnehme, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall Leute, es gibt gute Nachrichten. Ich habe ja schon lange gesagt, ich werde mir ein neues Mikro kaufen. Ich habe schon lange gesagt, bla 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 bla. Aber es ist soweit. Es ist soweit. Bald wird es soweit sein. Vielleicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Kopfhörer tun weh. Ich habe vorhin gerade schon eine Folge. Was war das gerade nochmal? Ja, ich bin echt geil vergesslich. Ich habe vorhin gerade was aufgenommen und weiß gar nicht mehr was. Genau, How to survive was. Genau. Oh Gott, ich bin zu vergesslich. Auf jeden Fall, wir nehmen natürlich ein neues Spiel. Und jetzt bin ich mal leise. Ich finde das so schön. Da will ich leben. Sie ist sexy. Du hast einiges zu erklären, Tigerin. Du wurdest von Kind an zu einer Atlas-Assassinin ausgebildet und hast über 1000 Jobs erledigt. Um ein Haar hättest du zwei meiner besten Männer gekillt, bevor sie dich geschnappt haben. Sie sagt, wir sind ihre besten Männer. Das fühlt sich gut an. Au. Es sieht so aus, Athena. Ich stelle dir jetzt eine einzige Frage. Und wenn mir die Antwort nicht gefällt, dann stirbst du. Zielen! Also, ich frag dich nur einmal. Warum? Das ist eine lange Geschichte. Nach dem Tod von General Nox arbeitete ich als Söldnerin auf Pandora. Eines Tages kam ein Jobangebot von einem Hyperion-Programmierer. Komm auf den Mond, jage eine Kammer, werde zerheldet. Ich traute Hyperion nicht, war aber zu hungrig, um bezahlte Arbeit sausen zu lassen. Und was gab's da? Gewalt. Wahnsinn. Und einen Helden. Und einen Helden. Hm, das ist ein Gag. Die Musik fahr ja echt voll. Geh. Der. Der. Untertitelung des ZDF, 2020 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 um stütte Prozent Staudern muss nicht sehen gibt es da vielleicht ist noch irgendwas dunkles dazu ja nein richtig dunkles schwarz nehmen wir das da spielen wir mal als Essener mal gucken wie das so ist, ich habe keine Ahnung aber, naja okay danke, dass du Hyperions Ruf gefolgt bist leider ist die Helios Raumstation zur Stunde von wahnsinnigen drei Militärenheiten angegriffen bitte nimm dir das ECO-Gerät folge mir nun, ich führe dich jetzt zu deinem Auftraggeber nette Rakete mit der Land- und Arbeitsloch-Avants-Gespaner Achtung so, die Maus kann ich jetzt gar nicht glauben, es ist okay oder gibt's hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann blinderen kann hallo ich sehe schon mal Control hat irgendwie ein bisschen gelitten und am letzten zocken ähm weil irgendwie sprinten will nicht immer, aber naja, davon lasst uns mal nicht abhalten ja, check, ich komm ja, check, ich komm warte warte, ich weiß nicht, aber irgendwie, naja ja, Gott Alter jetzt chill doch mal ich brauch jetzt mal nicht genügend Munition für die Reise ohne Munition läuft nämlich erstmal gar nichts null nada viente nerft doch nicht so ähm ähm ich glaube nicht wer ist nochmal die Lost Legends wow wow Moment ich muss mich einfach kurz anders hinsetzen weil sonst klappt das hier nämlich nicht äh hü oh Gott ich brauch echt wieder egal so kurz hier alles wieder richten ah kurz mal Kopfhörer abnehmen, weil die drücken mit der Zeit echt richtig hart und machen wir es erstmal so immer nur ein oder überlasten Alter, oh fuck oh, Alter oh, ich werde ungewohnt geboren zu zocken richtig hart ungewohnt Gott sei, Alter aber ich mag diesen Comic-Stil ich mag dieses perfekte Spiel einfach, ey hab ich hier noch was anderes was ist denn das für eine ne ja gut, äh aah wie schuss das hätten die wie schön aah elektro wie geil achso die verweidet immer zu aah hä achso ah warte mal äh äh ich lasse mal für Gameplay nein Controller stimmt W-1 ah schon besser ich denke schon, warum ist das denn so schnell es kann doch gar nicht sein es ist nämlich ein bisschen zu schnell jetzt, ne ja, ich weiß nicht, wir müssen zu checken aber erstmal nehmen wir hier alles mit was nur geht denn Munition und Co. kann man nie genug haben das wissen wir alle so ja jetzt warte doch mal die Station wird auch noch stehen wenn ich alles eingesammelt hab der hat die so ne Zeitbombe ne das ist alles Kriptevent mein Freund ganz plötzlich halt doch den Mond danke so alles schön das geht durchladen sind wir durchgeladen ja wir sind durchgeladen und gerade hat mein Handy vibriert und ich würde mich interessieren wer das ist das könnte wichtig sein aber ich lasse mich davon dass wir nicht gehören okay wohnen oder da ist brennig auch nur 100 doll alle so warte alle also einfach so kack wagen ich versuche so um so einst und dort er will er hat mir gekriegt Tätigkeit ich werde ihm gebraucht Prozent und wollen er lassen nicht zu Prozent ab die Klamotten gegen Flügel steckt bis wir borsten wir auch leicht pervers um den genoten nur alle nur ohne als er für so scheiße und präzise ich hasse so was ich mag nicht so ich um die und scheiß waffen ich will genauer gibt's ja in general anfang nicht irgendwie es ist unmöglich da bei der hätte ja 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 junge jura fiktig doch super